Wie steht es um die politische Kultur in der Schweiz? Wie diskutieren wir eigentlich miteinander? Eher im Dialog oder doch in einem sehr stark polarisierten Umfeld? Wir diskutieren das im Rahmen des Generationenforums von UNTAS Generationentandem. Auf dem Podium dabei ist der Sandro Brotz vom SRF, Moderator von ARENA, mit der Flávio Vassverfalle, Nationalrätin der SP, mit dem Claudio Rigetti von der MITI und mit Matthias Marti, dem Kommunikationsfachmann, der auch doziert, der Fachhochschule Bär. Und dabei ist auch Camille Lotte von jungen SVP. Ich freue mich auf die Debatten live aus dem Stadtratssaal in Thun. Ihr könnt vor Ort dabei sein und mitdiskutieren oder auch via Livestream dazuschauen. Am nächsten Mittwoch am Abend, am 8. September, am 7. September. Bis dann! Am nächsten Mittwoch am Abend, am 8. September.